Ich begrüße Sie hier zu den Highlights von Volume 2 des Videolernkurses Pinnacle Studio 23. Mein Name ist Mick Knoffke und ich werde Sie durch dieses zweite Volume von Pinnacle Studio 23 begleiten. Sie haben ja bereits die Grundlagen unter Volume 1 kennengelernt und nun beschäftigen wir uns mit den Neuerungen unter Pinnacle Studio 23. Da können Sie zum einen Schriftzüge selbst individuell erstellen und diese hinter diversen Objekten wie beispielsweise Autos hervorkommen lassen. Wir werden Ihnen aufzeigen, wie Sie einfachst eine Bauchbinde via externem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm erstellen und diese anschließend mit einem Titel belegen, sowie diesen laufend, also wie als Newsmeldung, mithilfe der Keyframes animieren können. Wir werden darauf zu sprechen kommen, wie wir in externen Bildbearbeitungsprogrammen mithilfe der Erstellung eines Alpha-Kanals Masken erstellen, sowie Logos animieren und individuell gestalten, indem wir diese mit Videos hinterlegen und in unsere Videos einfügen. Wir werden uns anschauen, wie Sie Hoch- sowie Querformate in einen maskierten Bereich legen und dann einen bestimmten Bildausschnitt darin festlegen können. Wie Sie bestimmte ausgewählte Bereiche freischneiden, positionieren oder drehen können. Wir verdeutlichen uns die Farbkorrekturen in Form von Tonkurven, der HSL-Abstimmung und dem Farbrad. Wie wir Farben gezielt innerhalb eines Bildes oder Bildausschnittes verändern können. Wie wir Karten ausschneiden und sie in drei Teile aufteilen. Wie wir ebenso auch Bildschirme via individueller Splitscreen-Erstellung durch neue Vorlagen selbstständig bearbeiten. und Videos auf die unterschiedlichen Bildausschnitte legen, sowie farbliche Veränderungen der einzelnen Splits und Filter durch Animation vornehmen können. Und dann werden wir auch noch auf die Animation von GIFs zu sprechen kommen. Eine Neuerung unter Pinnacle Studio in diesem Jahr. Sie können hier also gespannt sein. Als Zusatz in diesem Volume werden wir Ihnen erklären, was es mit den sogenannten Tilt-Shift-Effektkombinationen auf sich hat. Was Loot-Profile sind und wie Sie eigene individuelle Farbveränderungen als Loot-Profil abspeichern und so in Folgeprojekten immer wieder verwenden können. Lassen Sie sich also durch uns inspirieren und entwickeln Sie sich in Ihrem Videoschnitt weiter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Volume 2.